Ja, dieses Currency Board, also das Binden des US-Dollars an eine Währung, das war beim IEF damals total unvoke. Also man legte in den Ländern, denen man Kredite gab, darunter auch viele Schwellenländer wie Argentinien oder Russland, erst mal Strukturanpassungsprogramme auf. Man sagte, ihr bringt eure Staatsfinanzen unter Kontrolle, ihr schafft eine unabhängige Zentralbank, ihr privatisiert Staatsbetriebe und dann bindet ihr eure Währung an den Dollar, dann wird sich das schon erholen. Und wie du gerade gesagt hast, natürlich funktionierte das überhaupt nicht. Wenn die Lohnpolitik in einem Land dafür sorgt, dass die Inflation dauerhaft im Inland höher ist als im Dollarraum, dann verliert das Land dadurch automatisch an Wettbewerbsfähigkeit und genau das passierte in Argentinien. Die Inflation in Argentinien sank zwar stark, also wie gesagt, in den 80er Jahren hatte Argentinien noch Probleme mit Hyperinflation, das hatte man dadurch unter Kontrolle gehalten, aber die Inflation in Argentinien war immer noch deutlich höher als in den USA und dadurch schrumpfte die Wettbewerbsfähigkeit der argentinischen Wirtschaft ziemlich schnell und Argentinien machte hohe Leistungsbilanzdefizite, was bedeutete, dass es sich gegenüber dem Ausland verschulden musste. Diese Kredite bekam es von der Wall Street und vom IWF. Und ja, wie endete das Ganze? Gut, das Ganze endete natürlich in einer massiven Wirtschaftskrise, die auch zu einem massiven Abfluss gerade an, also das, was man allgemein als Train-Train bezeichnet, also wirklich in Hunderttausenden bestausgebildeten Argentinier das Land verlassen haben, gegen USA, gegen Spanien oder allgemein Europa und halt eigentlich mit einem kompletten Niedergang der argentinischen Gesellschaft, also was Wirtschaft anging, was du auch schon angesprochen hattest, aber auch dann wirklich einer völligen Zahlungsunfähigkeit und das waren dann wirklich Momente, wo Argentinier selbst sozusagen der gehobene Mittelschicht, plötzlich Probleme hatten, auch irgendwie an Essen zu kommen und was dann natürlich in weiterer Folge zu massiven sozialen Unruhen geführt hat und da können wir später vielleicht nochmal drauf hinkommen, auch diese Attitüde, die es jetzt wieder gibt, dieses, que se vayan todos, also alle sollen abhauen, im Sinne, also gegenüber dem politischen Feld und das ist auch was, was, glaube ich, sozusagen nach wie vor das auch bis heute so ein bisschen prägt, dass man da einfach gesagt hat, okay, Männer, dann hast du ja einfach, dass sozusagen, egal wer an der Macht ist, das geht wirtschaftlich immer daneben und ihr sollt alle abhauen, was natürlich auch irgendwie sozusagen so ein bisschen so ein Spiegelbild ist für die gesellschaftliche Verfasstheit, zu der das dann geführt hat. Ja, der IWF, also mitten in dieser Wirtschaftskrise, die dann durch eine Sparpolitik noch weiter verschärft wurde, da stabilisierte der IWF dieses Currency Board, also diese fatale Wechselkursbindung, die ja überhaupt erst in diese Krise geführt hatte, noch weiter und die Schulden, die Argentinien beim IWF hatte, die explodierten von zwei Milliarden Dollar Mitte der 90er bis auf über zehn Milliarden Dollar Anfang der 2000er. Also Argentinien war extrem stark verschuldet und spätestens da wurde auch den IWF-Bürokraten klar, dass sich diese Bindung an den US-Dollar nicht mehr aufrechterhalten lässt. Argentinien erklärte den Staatsbankrott und gab die Dollarbindung auf. Und das führte dann unter dem Peronisten Nestor Kirchner, der dann Anfang der 2000er an die Macht gewählt wurde, schließlich zu einem beeindruckenden Wirtschaftsaufschwung nach dieser schweren Krise. Genau, also das ist auch, glaube ich, selbst bei Leuten, die, das ist auch, man hat in Argentinien schon eine ziemlich antagonistische Gesellschaft, aber selbst Leute, die sich als Antiperonisten wahrnehmen, gestehen schon ein, dass das sozusagen, hast du ja gesagt, mit Ernesto Kirchner und dann auch in Nachfolge von seiner Frau Christina Kirchner, mit diesen massiven staatlichen Investitionen und auch massiven Kaufkraftgewinn, somit die besten Jahre waren, die die Argentinier hatten, bis ungefähr 2010. Genau, dann kannst du jetzt übernehmen. Ja, also das Besondere war, durch die extrem starke Währungsabwertung erlebte Argentinien in den Exportbogen, also man schaffte es quasi, ein Wachstum zu erreichen, was nicht darauf beruhte, dass man immer mehr Güter aus dem Ausland importierte und sich immer weiter verschuldete, wie das in den 90ern der Fall war, sondern man schaffte ein nachhaltiges, selbsttragendes Wachstum herzustellen, nur durch die, ja, du hast gerade die steigende Kaufkraft angesprochen. Dadurch, dass der inländische Konsum dadurch so stark anstieg, kehrte sich die Leistungsbilanz wieder ins Negative. Also Anfang der 2010er war sie wieder leicht negativ, was überhaupt nicht schlimm war. Also so eine leicht negative Leistungsbilanz, die schadet ja auch einem Schwellenland nicht. Argentinien geriet dann in eine Rezession und da war jetzt die Frage, was machte Argentinien? Die Argentinier wählten in dieser Situation dann Mauricio Macri an die Macht, also einen Konservativen, der die Rezession durch wirtschaftsliberale Reformen versprach, zu beenden. Wie gut funktionierte das? Gut, zum einen vielleicht noch ein Aspekt, auch dass Christina Kirchner, dass die Peronisten dann, in dem Fall die Linksperonisten, sich dann auch geweigert haben, sozusagen die Schulden gegenüber dem IWF, also diese Schuldenbetilgung nachzukommen. Und das wurde auch bis zu einem gewissen Grad akzeptiert. Und das war dann sozusagen erst unter Macri, der dann sozusagen auch als Lieblingskind des Westens gesagt hat, wir zahlen die entsprechenden Schulden zurück. Also an den IWF ist natürlich auch nicht korrekt, sondern dann an die entsprechenden Leute, die sozusagen die Schuldscheine jetzt ein bisschen oldschool gesprochen besaßen. Aber das führte sozusagen auch dazu... Das heißt besaßen, also sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber das ist wirklich eine interessante Geschichte. Da haben Hedgefonds total billige Schuldpapiere, von denen man erwarten konnte, dass sie nicht mehr bedient wurden, aufgekauft und eine Rendite von über 1000 Prozent dadurch gemacht, dass dann Mauricio Macri gesagt hat, wir zahlen die jetzt zurück. Also da haben ein paar Hedgefonds sich geweigert, diesen Schuldendeal, den die Kirchner Regierung eigentlich mit dem Großteil der Schuldner schon geschnürt hatte, anzunehmen, haben vor US-Gerichten geklagt, haben Recht bekommen und Macri hat dann gesagt, okay, machen. Also da wurde auch international massiver Druck auf Argentinien ausgeübt, dass man das zurückzahlt. Und wie du schon gesagt hattest, Macri hat das dann gemacht und über 1000 Prozent Rendite für einige Wallstreet-Spekulanten. Das war schon, ja... Ja, ja. Nee, also es ist auch nochmal gut, dass er in der Form interveniert. Hat es auch, wenn man sieht, auf welchem Level, ne? Also das sind ja dann auch die US-Gerichte, das sind dann irgendwelche kleinen Kammergerichte, also die dann sozusagen in der Lage sind, ein ganzes Land sozusagen in Ruinen zu treiben. Aber das hat natürlich auch was irgendwie mit dem Status der USA zu tun. Das ist in anderen Ländern in der Form auch überhaupt nicht möglich. Aber um sozusagen auf Macri zurückzukommen, Macri war halt auch wieder ein klassisches Kind des Neoliberalismus. Ein Großteil der, was jetzt auch wiederkommt, der Subventionen in den Gesundheits-Bildungs-Sektor wurden aufgehoben. Gerade auch Transport gegen gigantische Höhe, Energiekosten. Und das führte aber auch dazu, dass dann nach einer Legislatur Schluss war und dann wieder, sagen wir mal, ein peronistischer Kompromisskandidat die Wahlen gewann. Fernandes und da, aber der hat halt sein Amt auch mehr oder weniger angetreten, als es dann sozusagen ab 2020 die Corona-Krise kam mit den entsprechenden Folgen. Ja, also Macri hatte ja durch diese liberalen Reformen, durch die Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen, die die peronistische Regierung ziemlich lange durchgehalten hatte, dafür gesorgt, dass es einen leichten Boom gab. Dieser Boom wurde allerdings erkauft mit noch höheren Leistungsbilanzdefiziten. Also der inländische Konsum ist tatsächlich zuerst gestiegen. Die Leistungsbilanzdefizite sind auch gestiegen. Das hat die Wall Street eine ganze Zeit lang finanziert. Also Argentinien konnte sogar 100-jährige Anleihen ausgeben. Argentinien war ja, nachdem es die Kredite wieder zurückgezahlt hatte, die zu dem US-Gerichte es verpflichtet hatten, an den Finanzmärkten wieder gern gesehen. Aber sobald die Wirtschaft sich auch nur etwas abkühlte, war jedem Spekulanten sofort klar, Argentinien wird diese Schulden, diese Dollarschulden niemals zurückzahlen können. Das heißt, da sind alle sofort aus Argentinien geflüchtet, der Peso ist abgestürzt und die Inflation ist in die Höhe geschossen. Die Regierung Macri reagierte dann darauf, indem sie Haushaltskürzungen durchführte, Subventionenstrich und wenn Subventionen streicht, dann steigen die Preise noch weiter in die Höhe. Das heißt, die Inflation wurde dadurch noch weiter befeuert. Ohne vernünftige Lohnpolitik sorgt das dafür, dass die Gewerkschaften versuchen zu retten, was zu retten ist, was dann zu einer Lohnpreisspirale führt und die Inflation noch weiter nach oben treibt. Und das haben die Peronisten in den vier Jahren Amtszeit, die du gerade schon angesprochen hast, nicht in den Griff bekommen. Die Inflation ist eigentlich immer weiter gestiegen. Und ja, war das dann der entscheidende Grund, dass die Argentinier sich jetzt entschieden haben, Milet zu wählen, um schon mal auf das Hauptthema unserer Besprechung jetzt vorzugreifen? Ja. Ja.